Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Sally's Salon. Ja, vielleicht wundert ihr euch, dass es gestern keine Verabschiedung gab und dass ich jetzt gerade so überhaupt nicht darauf eingehe, was ich eigentlich da im Spiel tue und dass ich gerade die nächste Herausforderung starte. Denn vielleicht haben einige von euch den Kommentar von mir unter meinem Sally-Video gestern gelesen. Es ist nämlich so, dass mir gestern eine meiner Festplatten irgendwie total abgeraucht ist oder was auch immer man dazu sagt. Ist mir noch nie passiert, aber es ist leider passiert. Und ja, deshalb kamen auch gestern weniger Videos und wahrscheinlich auch echt nur das Sally-Video. Und ja, das Problem ist, dass einige meiner Daten jetzt weg sind. Es war unter anderem die Festplatte, wo ich auch meine Soundaufnahmen immer drauf speichere. und ich habe die letzten Sally-Aufnahmen, die letzten Videos, also das, was ihr gestern gesehen habt und das heute, habe ich ja in einem Stück aufgenommen. Ich wollte ja erst eine Folge machen, dann war es aber zu lang. Hätte ich das mal gemacht, dann wäre das jetzt hier eine ganz normale Folge gewesen, aber egal. Ja, auf jeden Fall ist das große Problem, das möchte ich nur damit sagen, so hey, es ist mal wieder kein Kommentar von mir da, weil die Datei einfach weg ist. Und ja, das ist ziemlich blöd, vor allem, weil es jetzt die letzte Folge ist. Und mir das Ganze bei diesem Spiel ja schon mal passiert ist. Gut, dann war jetzt nicht das Festplattenproblem, aber trotzdem. So, ich würde jetzt einfach sagen, ich lasse das Ganze so durchlaufen. Ihr wisst ja nachkommentieren. Ist dabei total schwierig. Was soll ich sagen? Oh, da habe ich das genommen, dann habe ich das genommen. Wisst ihr, so in der Situation, wenn man spielt, ist es natürlich einfach, aber sowas nachzukommentieren, finde ich fast unmöglich. Und von daher lasse ich das jetzt einfach mal so durchlaufen. Die Story, also die Dialoge, werde ich jetzt natürlich nachkommentieren. Und am Ende gibt es auch noch mal mein kleines Fazit zum gesamten Spiel. Entschuldigt das bitte. Und, oh Gott, ich weiß selber nicht, mich ärgert das so. Ich habe heute, also gestern für euch, den ganzen Tag damit verbracht, das irgendwie hinzukriegen und einen PC-Profi anzurufen, weil ich keine Ahnung habe, was da zu tun ist und was ich machen kann. Aber gut, ich lasse es jetzt erstmal durchlaufen und wir hören uns ja gleich wieder, wenn es ein bisschen Story gibt. Sofern ihr euch das jetzt überhaupt unkommentiert anschaut. Ich würde es nicht tun, aber vielleicht macht ihr es ja. Ich weiß es nicht. Ich würde es nicht tun, ich würde es nicht tun, ich würde es nicht tun. Ich würde es nicht tun, ich würde es nicht tun, ich würde es nicht tun. Ich würde es nicht tun, ich würde es nicht tun, ich würde es nicht tun. Ich würde es nicht tun, ich würde es nicht tun. Aber hier Comes mit ihren Petigen. Das war's für heute. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 All das für mich? Das war aber wirklich nicht nötig. Es war nur ein Urlaub. Natürlich. Natürlich nicht. Ich habe nach Julio gesucht. Nein, wirklich? Ich weiß, dass François geplappert hat. Das ist kein Problem. Wenn wir in Sallys Salon keine Geheimnisse austauschen können, dann kann ich den Salon auch genauso gut schließen. Und, hast du ihn gefunden? Nein, nein, das habe ich nicht. Aber ich habe ganz viele wunderbare Menschen getroffen. Ich muss euch alles erzählen. Aber zuerst müssen wir an die Arbeit. Ich habe diesen Ort so vermisst. Es geht an die Arbeit. settle für dich. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.